Hi, mein Name ist Sandra Hunke, ich bin Anlagenmechanikerin SHK und heute erkläre ich euch den Fußrahmen FR 5300 Flex von Caldewall. Der Fußrahmen 5300 Flex, kurz FR genannt, ist ein flexibles System für die Installation von flachen Duschflächen. In unserem Beispiel wird der FR in die Estrich-Aussparung eingelegt, das heißt der Estrich ist hier schon zu handen und die Rohrverlegung hat schon stattgefunden. Ein großer Vorteil am Caldewall Fußrahmen ist die einfache und schnelle Größenanpassung. Hier auf den Aluminorahmen sind Maße aufgezeichnet für ein einfaches und schnelles Ablenken. Die Größenanpassung kann von 90 x 90 bis 120 x 120 cm angepasst werden. Ebenfalls können wir die Höhe auch flexibel verstellen. Im nächsten Schritt bauen wir ganz einfach die Füße zusammen, die natürlich nach dem Schall gedämmt sind. Zuerst werden immer die Eckfüße ausgerichtet, als nächstes nehmt ihr die anderen Füße, die klickt ihr rein, dreht die bis nach ganz oben und zum Schluss werden die einfach nur aufgesetzt. Und ganz wichtig, bitte nicht die Muttern vergessen zu kontern. Wir bringen nun die mitgelieferten Aufliegergummis an, wo später die Duschfläche draufgelegt wird. Die Aufliegergummis sind dafür da, dass die Duschfläche nach DIN schallentkoppelt ist. Nachdem wir den FR-Rahmen aufgestellt und ausgerichtet haben, kann es auf der Baustelle weitergehen. Erst zum Schluss wird die abgedichtete Duschfläche draufgelegt und der Abfluss kann angeschlossen werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbauen.